Meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zur Vorschau auf die neue Ausgabe der Weltwoche. Wir schreiben den Mittwoch, 15. August 2018. Die Cover-Story in diesem Blatt offenbart schon die zentrale Botschaft, nämlich das Mecken. Mecken am Vierwaldstättersee, Kanton Luzern. Wunderschön gelegen, dass Mecken in diesem Jahr als beste Gemeinde der Schweiz ausgezeichnet wird. Vom Institut Jazzi, von Professor Sconamilio. Wir arbeiten schon seit zehn Jahren zusammen. Das ist das zehnte umfassende Schweizerische Gemeinderating. Schauen Sie auf dem Internet nach, wo Ihre Gemeinde steht. Das ist ein umfassender Kriterienkatalog. Man kann natürlich mit allen Kriterienkatalogen immer anderer Meinung sein. Aber ich glaube, es ist ein ziemlich, jetzt für ein wirtschaftliches, bürgerlich denkendes Publikum, das ja die Mehrheit bei der Weltwoche vermutlich bildet, aber auch sicher für Linke, die den Taschenrechner zu bedienen wissen, ist das doch ein sinnvolles Paket von Kriterien und auch aussagekräftig in Bezug auf Lebensqualität, Standortqualität, Steuerqualität zum Beispiel. Und schauen Sie nach, wo Ihre Gemeinde ist. Mecken in diesem Jahr der grosse Sieger. Wir waren gestern dort mit der Redaktion. Eine Delegation ist nach Mecken gegangen und hat den Gemeinspräsidenten und den Gemeinde Ammann, also den Stadtschreiber, den faktischen CEO oder COO der Gemeinde besucht. Sehr, sehr sympathisch. Ein FDPler und ein Grünliberaler. Die FDP ist sehr stark in Mecken vertreten. Und was besonders faszinierend ist in Mecken, das ist ein Dorf mit einer, oder eine Stadt, Entschuldigung, mit einem sehr, sage ich mal, ja, autochtonen, originalen Kern mit vielen Ureinwohnern, wenn man so will. Aber am äusseren Gürtel, am Vierwaldstättersee, hat es eine Reihe von gewaltigen Anwesen, in denen dann eben auch sogenannte superreiche Familien wohnen. Und es ist doch irgendwo spannend, wie es die Behörden in Mecken und auch die Bevölkerung in Mecken fertig bringt, hier die mentale und ökonomisch-soziale Balance zu halten, dass hier sozusagen nicht eine Art mikrofranzösische Revolution ausbricht, sondern dass eben reich und weniger reich sehr, sehr gut miteinander auskommen. Und was auch interessant ist, meine Damen und Herren, was auch interessant ist, dass eben Mecken, natürlich auch neidisch beäugt von anderen Gemeinden, dass dieses Mecken eben sehr viel Geld in den Finanzausgleich einzahlen kann, also mit der Finanzkraft dieser reichen Familien eben auch etwas fürs Gemeinwesen tut. Und bevor man da immer wieder sich die Schuhe abputzt oder etwas herablassend äussert oder neidisch, muss man das doch in Betracht ziehen. Ebenfalls auffällig, dass am Vierwaldstättersee, das ist vielleicht noch das katholische Erbe, dass es dort eben noch möglich ist, dass man am See wirklich gewaltige, bis zu 50.000 Quadratmeter grosse Anwesen haben kann. So etwas ist ja im protestantischen Kanton Zürich, an unserem Zürichsee gar nicht mehr denkbar. Solche Riesenparzellen, das ist eben dort noch möglich. Und das ist auch etwas Schönes, da haben Leute eben, die das auch vermögen, die das Geld haben, die das erwirtschaftet haben oder die es geerbt haben, haben dort dann eben die Möglichkeit, sich in aller Abgeschiedenheit und relativen Zurückgezogenheit dem wunderbaren, wunderbaren Alpenpanorama zu widmen. Es ist also wirklich eine Gemäldelandschaft, die sich einem dort öffnet. Als Zürcher kann ich sagen, mit so etwas können wir hier nicht konkurrieren dafür. Für, diese Bemerkung muss erlaubt sein, regelt es bei uns vermutlich etwas weniger, als am Vierwaldstättersee, bitte, das nicht als Respektlosigkeit verstehen. Ja, was haben wir sonst noch im Blatt? Eine Recherche von Philipp Wuth über die Lärmbelastung, die die SBB produziert. Und zwar hochinteressant, möglicherweise gehen hier die SBB von falschen Datensätzen aus und produzieren mehr Lärm, als sie ausweisen, mit der Folge, dass also Klagen und finanzielle Forderungen auf die ohnehin schon finanziell nicht immer ganz solide wirtschaftenden Bundesbahnen zukommen könnten. Wir haben weiter grosse Artikel, für mich ein Leckerbissen in diesem Heft, der erste Teil der grossen Reportage von Matthias Matusek über Sachsen. Sachsen ist ja der andere Freistaat in Deutschland. Sachsen, Ursprung der Pegida-Bewegung, Hochburg der AfD mit zweistelligen Zahlen. Sachsen deshalb aufgrund dieser sogenannten rechten Bewegungen natürlich total unten durch im deutschen Zeitungs-Mainstream. Da sind alle mit grosser Herablassung, schauen Sie da auf diese Sachsen herunter. Wir bringen jetzt die ganz andere Geschichte. Wir sprechen mit intelligenten Sachsen, mit Leuten, die dort leben, die uns erklären, was eigentlich der Groove dieser Stadt ist. Und vor allem schauen wir es auch historisch an, dass eben Sachsen immer schon in der Geschichte ein Freistaat war, also ein Land oder ein Bundesland mit einer Bevölkerung, die sich als sehr freiheitsbewusst und eigenverantwortlich gezeigt hat. In der Geschichte, vergessen wir nicht, es gab dort Auseinandersetzungen mit Karl dem Grossen, also ganz weit ins Mittelalter zurückreichen, Napoleon war dort dann Spannungsverhältnis zwischen den Sachsen und ihrem König und in der näheren Geschichte ist in Sachsen ja auch der ganze Aufstand gegen das DDR-Regime ins Rollen gekommen. Wir sind das Volk und heute beobachten wir ähnliche Phänomene, dass eben die Sachsen sind eben nicht solche verboten Rechtsextremen, wie das in den Medien gerne angedeutet wird, sondern das sind einfach Leute, die auch nicht einverstanden sind, sich nicht alles bieten lassen von ihrer Regierung. Und Matthias Matussek hat das sehr eindrücklich diesem demokratischen Urimpuls da nachgespürt. Was haben wir sonst noch im Blatt? Ja, ebenfalls sehr interessant von unserem Frankreich-Korrespondenten Jürg Altweg. Er hat den grossen Ethnologen Claude Lévi-Strauss porträtiert anhand eines neuen Buches, das herausgekommen ist und das ganz interessant zeigt, wie sich dieser Ethnologe, der ja eher der Linken zuzuschlagen ist, wie der sich sehr, sehr kritisch schon zu seiner Zeit mit dem Islam auseinandergesetzt hat. Also hier von einer ganz neuen Perspektive interessante Einblicke auf diese herausfordernde Religion, mit der wir uns heute auch immer wieder zu beschäftigen haben. Leider vornehmlich negativ in den Nachrichten, was natürlich nicht heisst, dass jetzt da alle in dem Sinn mitgemeint werden. Aber es ist eine Tatsache, dass wir halt mit Leuten aus dieser Kulturgruppe mehr Probleme haben als mit anderen. Das muss man aussprechen, das muss man adressieren, da muss man auch Lösungen finden. Gibt es auch, darf man nicht zu hoch hängen. Weiteres Thema, wir setzen uns kritisch auseinander mit diesem innenpolitischen Thema Nummer 1 im Moment. Das ist die Frage dieser Verquickung von AHV-Sanierung, wobei es ist gar keine Sanierung, es ist einfach eine Subventionierung durch zwei Zusatzmilliarden, Verknüpfung mit Steuersenkungen für Unternehmen. Für mich ein totales No-Go, was da im Parlament gemacht wird. Man verpappt völlig sachfremde Geschäfte miteinander, um sie damit am Wähler vorbei durchzubringen. Also das Motiv dahinter stimmt hinten und vorne nicht. Man glaubt nicht, alleine mit den Steuersenkungen vor dem Volk bestehen zu können. Also knallt man noch etwas anderes drauf, um die ganze Sache zu versüssen. Unglaublich, so ein Kuhhandel. Und die Medien feiern das Ganze noch. Also, ja, unterste Schublade für mich. Es gibt noch viele, viele weitere Themen, das nur ein paar Blitze auf diese, ein paar Facetten dieser neuen Ausgabe. Stöbern Sie in der Wundertüte, lassen Sie sich überraschen und inspirieren. Ich freue mich auf ein Wiedersehen in der nächsten Woche, wenn es dann wieder heisst, ja, Weltwoche, Ausgabe des 23. August. Bis dahin viel Spass, viel bei der Lektüre und eine schöne Zeit. Auf Wiedersehen.